Weihnachten ist vorbei, doch wohin mit den Weihnachtsbäumen? Viele Kommunen bieten den Abtransport der Weihnachtsbäume direkt vor der Haustür an. Ob und wann der Tannenbaum auf der Straße bis zur Abholung stehen darf, sagt der städtische Abfallkalender. Termin verpasst, den alten Weihnachtsbaum niemals im Wald oder in der freien Natur abwerfen. Auch nicht in die Biotonne stopfen. Konnte der Termin zur Sammlung der Weihnachtsbäume direkt am eigenen Grundstück nicht wahrgenommen werden, können die Bäume für eine spätere Abholung an den Wertstoffcontainer-Standplätzen abgelegt werden. Auch hier gibt es die Termine im Abfallkalender der Stadt Cottbus. Wer die Entsorgung aber selbst in die Hand nimmt, kann den Baum auch bei den Wertstoffhöfen abgeben.